Spirituelles Erwachen Erkennen, Spüren, Verstehen und Achte auf diese Dinge Hallo und herzlich willkommen zu diesem sehr tiefgreifenden Thema. Ich möchte mit dir heute intensiv in das spirituelle Erwachen eintauchen und viele Aspekte des spirituellen Erwachens beleuchten. Spirituelles Erwachen ist ein tiefgreifender innerer Prozess, in dem man sich seiner tieferen, spirituellen Natur bewusst wird. Es ist, als würde man aus einem tiefen Schlaf aufwachen und plötzlich die Welt und sich selbst mit neuen Augen sehen. Man erkennt, dass man nicht nur ein physischer Körper ist, sondern ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Doch warum ist dieses Erwachen so bedeutend? Nun, es hat die Macht, unser Leben und unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum völlig zu verändern. Es ermöglicht uns, über das materielle Leben hinauszuschauen und uns mit dem Universum, mit dem Göttlichen und mit uns selbst auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Es eröffnet uns eine Welt voller Frieden, Liebe, Mitgefühl und Verständnis, sowohl für uns selbst als auch für andere. Die Bedeutsamkeit dieses Erwachens liegt in seiner Fähigkeit, uns zu transformieren, zu heilen und zu erheben. Es lässt uns erkennen, dass wir viel mehr sind als nur unsere Gedanken, Emotionen oder unser Körper. Wir sind unendliche, ewige Wesen, die fähig sind, unendliche Liebe und Weisheit zu erfahren. Das ist die wahre Bedeutsamkeit und Bedeutung des spirituellen Erwachens. Wenn wir uns auf das weite Feld des spirituellen Erwachens begeben, können verschiedene Zeichen und Symptome uns auf unseren Weg leiten. Die innere Unruhe und die Suche könnten die ersten Boten auf deinem Pfad sein. Es kann sich wie ein inneres Ziehen anfühlen, eine Sehnsucht, die du nicht genau benennen kannst. Du könntest das Gefühl haben, dass etwas in deinem Leben fehlt, obwohl du scheinbar alles hast, was du brauchst. Das ist wie ein Ruf deiner Seele, der dich auffordert, tiefer zu graben, weiter zu suchen. Als nächstes könnte ein erhöhtes Bewusstsein und eine verstärkte Sensibilität auftreten. Du könntest beginnen, Dinge intensiver zu fühlen und wahrzunehmen, sowohl in dir als auch um dich herum. Du könntest dich mehr mit deiner Umgebung verbunden fühlen, mit der Natur, mit Tieren, mit anderen Menschen. Du könntest dich auch feinfühliger gegenüber den Emotionen anderer Menschen fühlen und mehr Mitgefühl und Verständnis für ihre Situationen entwickeln. Zuletzt könnte eine tiefgreifende Veränderung in deiner Wahrnehmung und deiner Weltanschauung eintreten. Vielleicht beginnst du, die Welt und deine Rolle darin aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Vielleicht erkennst du, dass du ein Teil von etwas Größerem bist, dass du mit allem und jedem verbunden bist. Deine Weltanschauung könnte sich von einem materialistischen zu einem spirituelleren Verständnis wandeln, in dem Liebe, Mitgefühl und Verbindung im Mittelpunkt stehen. Diese Zeichen und Symptome sind wie Leuchttürme auf deiner Reise. Sie zeigen dir den Weg, leiten dich und erinnern dich daran, dass du nicht alleine bist. Du bist auf dem richtigen Weg und das Universum unterstützt dich auf jeder Stufe deiner Reise. Wie die Wellen, die sich an einem stürmischen Tag formen, kann das spirituelle Erwachen auch die Landschaft deiner Beziehungen und deines sozialen Umfelds verändern. Deine Prioritäten könnten sich ändern, während du tiefer in deinem spirituellen Erwachen versinkst. Möglicherweise stellst du fest, dass du weniger Interesse an gesellschaftlichen Normen und Erwartungen hast und stattdessen mehr Wert auf deine innere Erfahrung legst. Du könntest bemerken, dass du tiefergehende, bedeutungsvollere Beziehungen anstrebst, die auf Ehrlichkeit, Verständnis und Liebe beruhen, statt auf Oberflächlichkeit und Konventionen. Zusammen mit der Änderung der Prioritäten könnte auch ein stärkeres Verlangen nach Authentizität entstehen. Du könntest beginnen, dich nach ehrlicheren, offeneren Gesprächen zu sehnen und dich von Menschen und Umgebungen distanzieren, die sich unaufrichtig oder falsch anfühlen. Vielleicht bemerkst du, dass du dich mehr nach deinem eigenen Weg sehnst, nach deinem eigenen Rhythmus, anstatt den Erwartungen anderer zu folgen. Diese Veränderungen sind natürlich und Teil des Prozesses. Sie reflektieren deine innere Transformation und deine Sehnsucht, auf einer tieferen, authentischeren Ebene zu leben und zu interagieren. Sie sind Zeichen deines Wachstums und deiner Entwicklung und erinnern dich daran, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Mit all den Veränderungen, die das spirituelle Erwachen in unserem Inneren hervorruft, dürfen wir nicht vergessen, dass auch unser Körper ein Teil dieses Prozesses ist. Wie ein treuer Gefährte kann er uns auf verschiedene Weise Feedback geben und uns bei unserer Reise unterstützen. Eine Möglichkeit, wie sich das Erwachen manifestieren kann, sind unkonventionelle Träume und Visionen. Diese könnten intensiver, lebhafter oder symbolischer als gewöhnlich sein. Vielleicht wirst du dich an mehr Träume erinnern oder hast Erlebnisse von synchronistischen Ereignissen. Manche Menschen berichten sogar von spirituellen Visionen oder Einsichten, die sie in ihren Träumen oder in meditativen Zuständen erhalten. All dies sind Wege, wie dein Unterbewusstsein und dein höheres Selbst mit dir kommunizieren und dir Führung und Einsicht bieten. Körperliche Symptome sind eine weitere mögliche Manifestation des spirituellen Erwachens. Manche Menschen erleben Energieflüsse, unerklärliche Wärme oder Kälte oder ein Prickeln in bestimmten Körperteilen, besonders um die Regionen der Chakren. Andere können temporäre körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme oder Schlafstörungen erleben. Dies kann auf energetische Veränderungen und Reinigungsprozesse hinweisen, die in deinem Körper stattfinden. Es ist wichtig zu betonen, dass obwohl diese Erfahrungen Teil des spirituellen Erwachens sein können, sie nicht für jeden gelten und sie auch medizinische Ursachen haben können. Daher ist es immer eine gute Idee, bei anhaltenden oder besorgniserregenden Symptomen einen Arzt oder Gesundheitsdienstleister aufzusuchen. In diesem großen Tanz des Lebens ist das Spüren ein unverzichtbarer Partner. Es ist unser Kompass, der uns hilft, uns in der Landschaft des spirituellen Erwachens zurechtzufinden. Aber warum ist das Spüren so wichtig? Beim spirituellen Erwachen geht es im Wesentlichen um Bewusstsein. Es geht darum zu fühlen, zu beobachten, zu erkennen. Das Spüren ermöglicht es uns, tiefer in uns selbst einzutauchen, unsere inneren Erfahrungen zu erkunden und uns mit unseren tiefen Schichten zu verbinden. Es ist der Schlüssel, der uns hilft, die Türen unseres Bewusstseins zu öffnen und unsere eigene innere Weisheit und Führung zu erschließen. Es gibt verschiedene Praktiken, die uns helfen können, unsere Sensibilität für das spirituelle Erwachen zu fördern. Meditation und Achtsamkeit sind zwei solche Praktiken. Durch Meditation können wir uns beruhigen, uns zentrieren und tiefer in uns selbst hineinhorchen. Achtsamkeit, das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment, hilft uns, aus dem Autopilot-Modus auszusteigen und bewusster und präsenter in unserem Leben zu sein. Journaling und Reflexion können ebenfalls sehr hilfreich sein. Durch das Aufschreiben unserer Gedanken, Gefühle und Erfahrungen können wir uns selbst besser verstehen und Einsichten und Verständnis gewinnen, die sonst vielleicht unbemerkt geblieben wären. Die Natur und die Stille sind weitere wunderbare Verbündete auf diesem Weg. In der Stille können wir besser hören, was unser Inneres zu sagen hat. In der Natur können wir uns erden und mit dem Universum verbinden und uns von seiner Weisheit und Heilung nähren lassen. Denke daran, dass es kein richtig oder falsch gibt, wenn es um diese Praktiken geht. Es geht darum herauszufinden, was für dich funktioniert und dir hilft, dich mit dir selbst und deinem spirituellen Erwachen zu verbinden. Höre auf deinen Körper, höre auf dein Herz und sie werden dir den Weg zeigen. Während deiner Reise des spirituellen Erwachens könnten unterschiedliche Emotionen und Empfindungen hochkommen, die manchmal überwältigend sein können. Der Schlüssel ist nicht, diese zu vermeiden, sondern zu lernen, wie man mit ihnen umgeht. Akzeptanz und Loslassen sind hierbei zwei fundamentale Prinzipien. Es ist wichtig, deine Gefühle zu erkennen und zuzulassen, ohne sie zu bewerten oder zu bekämpfen. Wenn du traurig bist, erlaube dir, traurig zu sein. Wenn du Angst hast, erlaube dir, Angst zu haben. Akzeptiere, dass dies momentan deine Erfahrung ist und erlaube dir, sie vollständig zu fühlen. Dann, wenn du bereit bist, atme tief durch und lasse sie los. Vertraue darauf, dass genauso wie eine Welle an den Strand rollt und dann wieder zurück ins Meer fließt, auch deine Gefühle kommen und gehen. Der Umgang mit Angst und Unsicherheit kann besonders herausfordernd sein. Viele von uns neigen dazu, diese Gefühle zu vermeiden oder zu bekämpfen, aber das kann oft nur zu mehr Stress und Leid führen. Stattdessen versuche, deine Angst und Unsicherheit als Zeichen dafür zu sehen, dass du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst, dass du wächst und dich weiterentwickelst. Erinnere dich daran, dass es in Ordnung ist, nicht immer alle Antworten zu haben und dass Unsicherheit ein natürlicher und unvermeidlicher Teil des Lebens und der menschlichen Erfahrung ist. Gib dir selbst Erlaubnis, dich unsicher zu fühlen und sei sanft und geduldig mit dir selbst in diesen Zeiten. Schließlich denke daran, dass du nicht alleine bist auf dieser Reise. Es gibt viele Menschen da draußen, die ähnliche Erfahrungen machen und es gibt viele Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Du bist stark, du bist tapfer und du bist fähig, durch alles zu navigieren, was auf deinem Weg kommt. Vertraue auf dich selbst und auf den Prozess und erinnere dich daran, dass du immer geliebt und unterstützt wirst, egal was passiert. Bei deiner Reise des spirituellen Erwachens gibt es bestimmte Aspekte, auf die du besonders achten solltest. Erstens die Notwendigkeit der Balance und des Erdens. Das spirituelle Erwachen kann manchmal überwältigend sein, besonders wenn wir uns zu sehr in die spirituelle Welt vertiefen und dabei die physische Welt vernachlässigen. Es ist wichtig, einen Ausgleich zu finden und sich zu erden. Aktivitäten wie in der Natur sein, körperliche Übungen wie Yoga oder Tanzen oder einfache Dinge wie barfuß auf der Erde zu gehen, können dabei helfen, dich zu erden und dich mit deinem physischen Selbst zu verbinden. Zweitens sei dir der Gefahr von spirituellen Illusionen und Trugbildern bewusst. Auf dem spirituellen Weg können wir manchmal in die Falle von spirituellem Bypassing tappen, wo wir versuchen, negative Gefühle oder Herausforderungen zu meiden oder zu überspringen, indem wir sie mit Spiritualität überdecken. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das spirituelle Erwachen auch das Durchlaufen und Integrieren unserer Schatten und Schwierigkeiten beinhaltet. Schließlich unterschätze nicht die Wichtigkeit von Selbstfürsorge und Geduld im Prozess. Das spirituelle Erwachen ist keine schnelle oder leichte Reise und es braucht Zeit und Sorgfalt. Nimm dir die Zeit, dich um dich selbst zu kümmern, sowohl physisch als auch emotional. Sei geduldig mit dir selbst und erinnere dich daran, dass du nicht alles auf einmal tun musst. Jeder Schritt, den du machst, egal wie klein, ist ein wertvoller Teil deiner Reise. Das spirituelle Erwachen ist eine tiefgreifende und transformierende Reise. Es kann Freude und Leid, Gewissheit und Unsicherheit, Licht und Schatten bringen. Aber indem du achtsam und mitfühlend mit dir selbst umgehst, kannst du diese Reise mit Mut und Anmut durchlaufen und dich dabei weiter entfalten und wachsen. Der Weg des spirituellen Erwachens ist nicht nur eine Reise, die wir in der Meditation oder in der Stille der Natur unternehmen. Es ist eine Reise, die wir jeden Tag, in jedem Moment unseres Lebens gehen können. Die Praktiken und Einsichten, die du auf diesem Weg erlernst, können in jeden Aspekt deines Alltags integriert werden. Die Anwendung spiritueller Praktiken im Alltag kann so einfach sein, wie das Praktizieren von Achtsamkeit während deiner täglichen Aktivitäten. Vielleicht bemerkst du die Sensation des Wassers auf deiner Haut, während du die Hände wäschst oder die Textur und den Geschmack deines Essens, während du isst. Diese Praktiken der Präsenz können helfen, dich zu erden, dich zu zentrieren und dich mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden. Die langfristigen Auswirkungen und Vorteile des spirituellen Erwachens sind tiefgreifend und vielfältig. Sie erstrecken sich über verschiedene Dimensionen deines Lebens, persönlich, sozial, emotional und sogar körperlich. Auf persönlicher Ebene kann spirituelles Erwachen zu einem tieferen Selbstverständnis und Selbstakzeptanz führen. Du beginnst, dich selbst nicht nur als einen physischen Körper oder eine Sammlung von Gedanken und Emotionen zu sehen, sondern als ein bewusstes, lebendiges Wesen, das innig mit dem Leben verbunden ist. Dieses tiefe Verständnis deines wahren Selbst kann ein Gefühl der Freiheit und Selbstverwirklichung hervorrufen. Auf sozialer Ebene kann spirituelles Erwachen deine Beziehungen und Interaktionen mit anderen verbessern. Da du dich mehr mit dir selbst in Verbindung fühlst, kannst du auch eine tiefere Verbindung und Empathie mit anderen Menschen fühlen. Dies kann zu stärkeren, authentischeren Beziehungen führen und dazu beitragen, dass du dich mehr mit der Gemeinschaft und der Welt um dich herum verbunden fühlst. Emotional kann spirituelles Erwachen dazu führen, dass du mehr Frieden und Harmonie in deinem Leben erfährst. Da du lernst, deine Gefühle und Erfahrungen zu akzeptieren und sie loszulassen, anstatt sie zu bekämpfen oder zu vermeiden, kannst du einen Zustand inneren Friedens und Gleichmuts erreichen. Dies kann dazu beitragen, dass du dich weniger gestresst und überwältigt fühlst und mehr Freude und Zufriedenheit in deinem Leben erlebst. Auch auf körperlicher Ebene kann spirituelles Erwachen Vorteile haben. Studien haben gezeigt, dass spirituelle Praktiken wie Meditation und Achtsamkeit positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben können, einschließlich reduziertem Stress, verbesserter Herzgesundheit und verbesserter Schlaf. Schließlich, aber vielleicht am wichtigsten, kann spirituelles Erwachen dir dabei helfen, einen tieferen Sinn und Zweck in deinem Leben zu finden, Anstatt das Leben als eine Reihe zufälliger Ereignisse oder Aufgaben zu sehen, beginnst du, es als eine heilige Reise zu sehen, auf der du ständig wächst, lernst und dich entwickelst. Dieses Gefühl von Zweck und Bedeutung kann dir Kraft und Inspiration geben und dazu beitragen, dass du dein Leben mit mehr Leidenschaft und Begeisterung lebst. Diese Vorteile sind natürlich keine Garantie und das spirituelle Erwachen ist ein individueller und persönlicher Prozess, der bei jedem Menschen anders aussehen kann. Aber unabhängig von deinem Weg oder deinen Erfahrungen ist das spirituelle Erwachen eine Gelegenheit, dich tief mit dir selbst, mit anderen und mit dem Leben selbst zu verbinden. Es ist eine Reise, die dir ermöglicht, das Wunder, die Schönheit und die Tiefe deiner Existenz vollständig zu erfahren und zu schätzen. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir alles Gute auf deiner spirituellen Reise, wo immer sie dich auch hinführen wird. Bis bald, dein Kristallengel Ariel Und da, dein Kristallengel Und da, dein Kristallengel